Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Tutorial. Mein Name ist Hendrik Balani und ich zeige Ihnen heute, wie Sie aus einer Linearbewegung einen Kretich-Datensatz generieren können. Wie Sie dies direkt an unserer Max 5 Konsole mit Winmax Steuerung machen können, zeige ich Ihnen am besten wie immer direkt an der Konsole. Mit der Drehtisch-Linearkonvertierung können Sie 3-Achs-Fräsdatensätze wie z.B. ein Linien- und Bögendatensatz oder ein Kreisfräsen in einen Drehtisch-Datensatz umwandeln. Für das heutige Beispiel nutzen wir eine VMX60 SRTI als Maschinenkonfiguration und als Rohteil einen Zylinder mit negativer Z-Ausrichtung, einer Länge von 100 mm und einem Radius von 50 mm. Starten wir nun mit der Erstellung unseres Dialogprogramms. Hierfür wechseln wir über den Softkey F3 in die Werkstückprogrammierung. Der erste Datensatz sollte, unabhängig davon ob wir ein 3-Achs- oder 5-Achs-Programm auf einer Mehrachsmaschine erstellen, immer ein Drehtisch-Positionieren-Datensatz sein. Dieser Datensatz stellt sicher, dass am Anfang des Programms die Maschine auf eine bestimmte Position positioniert wird, von der aus das Programm immer gleichmäßig ausgeführt wird. Bedeutet z.B. dass am Anfang des Programms die B-Achse und C-Achse in unserem Fall auf 0 und 0 positioniert wird und das Programm von dort gestartet wird. Diesen Datensatz finden Sie über den Softkey F7 Drehtisch unter dem Softkey F1 Drehtisch-Positionen. Im oberen Bereich dieses Datensatzes können Sie zunächst entscheiden, ob der Drehtisch-Encoder zurückgestellt werden soll. Wenn Sie diesen Parameter auf Ja setzen, werden unnötige Drehbewegungen der C-Achse vermieden. Die Maschine erkennt also, wenn sie z.B. auf 1980 Grad steht und auf einem C-Winkel von 0 Grad positioniert werden soll, dass sie nun keine 5,5 Umdrehung durchführen muss, sondern lediglich eine halbe Umdrehung. Direkt neben diesem Parameter können Sie zusätzlich entscheiden, ob dieser Datensatz ein Stopp-Datensatz sein soll. Selbstverständlich können Sie auch hier wieder einen optionalen Stopp-Datensatz einfügen. Im Anschluss definieren wir nun unsere Positionierbewegungen. In unserem Beispiel soll zuerst eine Z-Rückzugsbewegung bis zur Maschinengrenze ausgeführt werden und anschließend lediglich die B- und die C-Achse auf 0 Grad positioniert werden. Hierfür schalten wir in der dritten Bewegung die X-Bewegung und die Y-Bewegung aus. Mit diesem Datensatz stellen wir nun sicher, dass am Anfang des Programms immer die B-Achse und C-Achse auf 0 Grad positioniert wird und das Programm somit immer von derselben Position gestartet wird. Kommen wir als nächstes zu unserer gewünschten Bearbeitung. Hierfür wechseln wir über den Softkey F2 in den nächsten Datensatz. In diesem Beispiel nutzen wir einen Kreisfräsen-Datensatz mit dem Mittelpunkt 0 und minus 50, einem Radius von 25 mm. Wir arbeiten von Z-Start 2, also 2 mm Sicherheitsabstand bis zu einer Tiefe von minus 5. Wir arbeiten mit einem Werkzeug mit der Identifikationsnummer 2160, also in meinem Fall einen Schaftfräser mit dem Durchmesser 16 und als Werkzeugbahnkorrektur nutzen wir die Tasche. Wenn Sie Ihren programmierten Datensatz nun auf dem Grafikbildschirm simulieren, sehen Sie den in der Rohteilgeometrie eingetragenen Zylinder sowie Ihre Bearbeitung. Diese Bearbeitung ist immer noch eine 3-Achs-Bearbeitung und die möchten wir nun auf die Mantelfläche konvertieren. Hierfür wechseln wir über die Taste Korrektur in die Programmübersicht. Wenn Sie nun Ihren Datensatz 2 selektieren, können Sie über den Softkey F1 diverse Satzfunktion und über den Softkey F7 in die Drehtisch-Linearkonvertierung wechseln. Im unteren Bereich kriegen Sie zunächst die Orientierung angezeigt. Die Orientierung definiert, welche Koordinaten aus dem 3-Achs-Datensatz nun auf die Mantelfläche gelegt werden und welche Koordinaten die Zylinderachse definieren. Die Orientierung können Sie über einen der Softkeys F4 bis F7 verändern. Nun möchten wir unseren Kreisfräsdatensatz zu einem Drehtisch-Datensatz konvertieren. Dies machen wir über den Softkey F1 zu Drehtisch konvertieren. Die Steuerung fragt uns im Anschluss nach unserem Zylinderradius, den wir entsprechend unserer Rohteilgeometrie mit 50 mm eingeben und mit OK bestätigen. Wie wir nun sehen können, ist aus dem normalen Kreisfräsen-Datensatz ein Drehtisch-Kreis-Datensatz geworden, der nun auch keine X- und Y-Koordinaten mehr besitzt, sondern Achse- und Winkelkoordinaten. Wenn Sie diesen Datensatz nun wieder auf Ihrem Grafikbildschirm simulieren, sehen Sie, dass aus der normalen Linearbewegung eine Mantelflächenbearbeitung geworden ist. Um die Rückzugsbewegungen Ihres Programms zu optimieren, empfehlen wir Ihnen, vor dem Datensatz einen neuen Datensatz einzufügen. Den passenden Datensatz hierfür finden Sie unter dem Softkey F7 Drehtisch, unter dem Softkey F4 Drehtisch-Parameter. In diesem Datensatz wird im oberen Bereich definiert, wie Ihr Zylinder auf Ihrer Maschine aufgespannt ist. Haben Sie einen Zylinder, wie in unserem Beispiel, nutzen wir hierfür die Rotationsachsen-BC-Drehtisch-Orientierung und nun können wir im unteren Bereich den Werkzeugrückzug definieren. Gerade auf Schwenkkopfmaschinen ist es hier sinnvoll, die Rückzugsmethode entlang Werkzeugvektor zu nutzen. Das war unser Tutorial zum Thema Drehtisch-Linearkonvertierung. Ich hoffe, wir können Ihnen das Arbeiten mit zum Beispiel Abwicklungszeichnungen dadurch etwas erleichtern. Haben Sie vielleicht schon Erfahrungen mit diesem Thema gemacht? Oder irgendwelche anderen Fragen? Dann teilen Sie diese gerne jederzeit mit uns als Kommentar unter diesem Video und lassen Sie, wenn Ihnen das Video gefallen hat, auch gerne ein Like da. Um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen, abonnieren Sie auf jeden Fall auch unseren kostenfreien YouTube-Channel. Auch heute möchte ich mich dann abschließend noch verabschieden und verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen aus der AWT.